Hallo, mein Name ist Valeria und ich zeige dir heute, wie du unsere Webinare bekommst und wie du dich dazu anmeldest. Dazu sind nur ganz wenige Klicks nötig. Wenn du hier auf unserer Seite ankommst, wo sich die Webinare befinden, kannst du ganz leicht hier zu den Webinaren runter scrollen und dann kannst du dir hier aus den verschiedenen Webinaren eins aussuchen. Gibst ganz einfach hier deinen Namen ein, deine E-Mail-Adresse und billigst ein, dass wir dir E-Mails senden können, weil nur so können wir dir dann auch den Teilnehmer-Link zukommen lassen. Dann ganz einfach hier schauen, wann das nächste Webinar stattfindet. Hier, ich nehme gleich das nächste, 13.15 Uhr, sage ich anmelden und dann kommt dann auch schon in meinem E-Mail-Verteiler die E-Mail. Hier bekommst du von Steve die Willkommensnachricht und dann kannst du dann ganz einfach hier auf den blauen Knopf drücken und am Webinar teilnehmen. Wunderbar, dann kommst du auch schon auf die Startseite und siehst hier noch die Zeit, die du warten musst, bis das Webinar dann auch wirklich beginnt. Und wir haben dir ganz viele Zeiten freigeschalten, dass es möglichst vielen Menschen möglich ist, dieses Webinar anzusehen. Also hier nur eine kurze Wartezeit und du bekommst schon deine Anleitungen zu deinem Training. Solltest du dich schon einmal für das gleiche Webinar angemeldet haben, kannst du ganz leicht einfach hier direkt wieder einloggen und das Webinar so viel mal besuchen, wie du gerne möchtest. Einfach hier deine E-Mail-Adresse eingeben, login und dann kommst du direkt wieder zum Webinar. Und dann bist du dann auch schon direkt im Training mit dabei. Du hast also den vollen Zugang jederzeit wieder auf deine Trainingseinheit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Training und eine gute Zeit. auf jeden Fall.